Hier bin ich wieder, euer Kochstar Kingsnight, bereitet euch wieder euer Game Over vor. Heute im Video Spaghetti Basilicum Pesto. Braucht ihr alles für eure Zubereitung? Bei jeder Vorbereitung, auch bei heißen Temperaturen, immer etwas trinken und Händewaschen nicht vergessen. Füllt den Topf mit heißem Wasser auf. Schmeißt die Herdplatte an. Macht euren Topf auf die Herdplatte. Dann braucht ihr eine Prise Salz. Dann brauchen wir frischen Basilikum. Dann machen wir unser Basilikum in einem Messbisch. Dann brauchen wir Oliven. Dann brauchen wir eine Prise Salz, Pfeffer, Paprika, Knoblauch. Dann wird alles gemixt. Dann kommt alles in die kalte Pfanne. Ein bisschen Kochwasser. Dann machen wir unsere Spaghetti ins Heiz. Dann geben wir unsere Spaghetti in die Pfanne. Dann wird das Ganze vermischt. Schmeiß ich euch das Rezept auf den Tisch. Frisch, schnell und lecker und Mahlzeit, meine Lieben. Ich wünsche euch da einen angenehmen Mittwochabend.